In unserer heutigen Sendung geht es um das aktive Omega-3 und seine Bedeutung für unsere Wahrnehmungsorgane. Und damit möchte ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung begrüßen. Das Omega-3 ist in aller Munde, doch noch immer gibt es viele Missverständnisse beim Omega-3, weil es gibt ein inaktives Omega-3, die sogenannte ALA-Fettsäure, die uns überhaupt nichts nutzt, weil wir inzwischen davon viel zu viel in unserem System haben. Und die Schulmedizin hat hier zu Recht herausgefunden, schon vor vielen, vielen Jahren, dass Omega-3 eigentlich gar nichts bringt, weil immer nur dieses inaktive Omega-3 untersucht wurde, das wir zum Beispiel im Leinöl finden. Aber seit das Fraunhofer-Institut acht Algensorten identifiziert hat, in denen sogenannte aquatische Fettsäuren, allen voran die EPA-Fettsäure und die DHA-Fettsäure, sich befinden. Seitdem hat sich dieser Markt revolutioniert und die Studien sagen inzwischen genau, wie viel Milligramm man von EPA und DHA braucht, um diese und jene Wirkung auszulösen. Und das ist erstaunlich, was das für eine Revolution in der Medizin ausgelöst hat. Denn diese Einnahme, diese aquatischen Fettsäuren, die trägt maßgeblich dazu bei, dass wir Entzündungsprozesse in unserem Körper aktiver bekämpfen können, als es zuvor möglich war. Und darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Wie können wir diese aquatischen Fettsäuren nutzen, um damit länger und gesunder zu leben? Und in welcher Beziehung stehen sie zu unseren Wahrnehmungsorganen? Und können wir sagen, dass wir mit einem höheren Omega-3-Spiegel, also einem höheren aktiven Omega-3-Spiegel, EPA und DHA, intensiver am Leben teilnehmen können und fokussierter, wacher Entscheidungen treffen können. Was ist da dran? Viele Menschen sind sehr erstaunt, wenn sie hören, dass ihre tägliche Einnahme von Leinöl nun doch gar nicht gut sein soll, obwohl Frau Dr. Butwig das doch damals angeblich bewiesen hat. Es ist tatsächlich so, dass die neuen Forschungen der letzten drei, vier Jahre immer deutlich hervorgebracht haben, dass die ALA-Fettsäure, wie wir sie im Leinöl haben, zum größten Teil in Omega-6 leider umgewandelt wird und nur zu etwa fünf Prozent in aktive Omega-3-Fettsäuren. Das ist für viele ein Nackenschlag gewesen, die darauf vertraut haben, dass das Leinöl doch so gut sein sollte. Auch ich habe am Anfang gezweifelt und habe viele, viele Patienten untersucht, die regelmäßig Leinöl nehmen und tatsächlich, ich musste feststellen, sie haben katastrophale Omega-6-Werte und erschreckend niedrige Omega-3-Werte. Das Gleiche musste ich auch feststellen bei Patienten, die Veganer, Vegetarier sind, wo ich eigentlich erwartet hatte, hier gute Werte zu finden. Aber auch hier war das nicht der Fall. Hier sehen wir auch, dass erschreckend hohe Omega-6-Werte vorliegen und sehr niedrige Omega-3-Werte. Warum ist das so? Welche Gründe hat das? Die modernen Untersuchungen zeigen uns genau, in welchen Nahrungsmitteln wir Omega-6 drin haben und wie viel Omega-6 drin ist. Wir wissen, dass ein neugeborenes Kind ein ausgeglichenes Verhältnis hat zwischen Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren. Dieses Verhältnis verschiebt sich mit zunehmendem Alter und ist in der Jugend, in der Zeit von Pizza, Pommes und Nutella, erreicht es einen maximalen Spiegel von 40 zu 1. Das heißt, bei diesen Kindern ist 40 mal so viel Omega-6 im Blut als Omega-3. Es pendelt sich dann mit zunehmendem Lebensalter ein auf ein Verhältnis zwischen 1 zu 10 und 1 zu 15. Was immer noch heißt, dass dieser Mensch 10 bis 15 mal so viel Omega-6 im Blut hat, wie er eigentlich haben dürfte. Das macht schnell deutlich, weil das ist der Bundesdurchschnitt, weshalb Leinöl regelrecht kontraindiziert ist, weil es auf eine Situation trifft, wo sowieso schon viel zu viel von dem da ist, was wir nicht haben wollen. Wir wissen heute in der Statistik der am meisten untersuchten Medikamente, dass Aspirin an erster Stelle steht, Penicillin an zweiter Stelle, Kortison an dritter Stelle, Magensäureblocker an vierter Stelle und an fünfter Stelle bereits befindet sich EPA und DAA. Kaum etwas ist so gut untersucht wie diese zwei Fettsäuren, die man jetzt Gott sei Dank in den Algen, in den Schizophytum- und Nano-Algen entdeckt hat und sie jetzt auch in Aquakulturen, das heißt in Algenproduktionsstätten produzieren kann. Und das Wunderbare dabei ist, diese Algen leben nur von zwei Dingen, von Sonnenlicht und von CO2. Das heißt, man kann solche Algenfabriken oder Bierbraufabriken, damit könnte man sie auch vergleichen, die Algen werden regelrecht gebraut, das heißt, sie können wachsen in Süßwasser unter Zugabe von CO2 und Sonnenlicht und dabei herauskommen feinste, natürlichste Proteine und Fettsäuren, die uns ein langes, sicheres Leben auf dem Planeten ermöglichen, was die Ausgeglichenheit unseres Fettstoffwechsels anbegeht. Denn diese guten Fette sind auch in der Lage, schlechte Fette zu verdrängen und das ist ein großer Segen, weil schlechte Fette kommen aus allen Richtungen auf uns zu und diese müssen dringendst ausgeglichen werden durch Omega-3-Fettsäuren. Den Blick hier rauf zu werfen, ist viel, viel wichtiger als den Blick auf Cholesterin zu werfen. Sicherlich macht es Sinn, auf LDL zu schauen bei Patienten, die kardial vorgeschädigt sind, die Atherosklerose haben, da müssen wir natürlich LDL im Auge haben, aber den Cholesterinwert hier als Maßstab der Dinge zu nehmen und sogar Fettsänke einzusetzen, das ist heute aus meiner Sicht nur noch in extremen Ausnahmefällen sinnvoll, weil wir wissen, dass wir mit Einnahme solcher chemischen Mittel auch immer einen Preis bezahlen und der Preis der Fettsänke ist natürlich, wenn man Fett mit Gewalt senkt, natürlich die Demenz, die Alzheimererkrankung und das zeigt sich immer deutlicher als Nebenwirkungen dieser Medikamente, die man möglichst vermeiden sollte. Grundsätzlich ist es ja auch ziemlich verrückt, wenn man Harnsäuremedikamente einnimmt, wenn man Cholesterinsenkende Medikamente einnimmt, anstatt seine Ernährung zu verändern. Und das muss doch auf der Hand liegen, wenn wir schon die Möglichkeit haben, vorbeugend, präventiv in das Blut hineinzugucken und wir dann sehen, dass die Werte schlecht sind, dann kann doch die Konsequenz daraus nur sein, dass wir Dinge in unserem Verhalten so ändern, dass die Dinge wieder ins rechte Lot kommen. Und für diese Form der Medizin stehe ich. Das ist eine Medizin, wo wir nicht ignorant sind gegen den Überursachen, sondern wo wir nicht eher Ruhe geben, bis Ursachen von Krankheitssymptomen aufgedeckt sind, auch deren psychosomatischer Hintergrund beleuchtet wird, mit der Zielsetzung, das, was zwischen uns und unserer Gesundheit als Hindernis dazwischen steht, aufzudecken und auszuschalten. Soweit sind wir als Menschen, als Gesellschaft heute, dass wir die Augen nicht mehr verschließen dürfen vor den Ursachen und dass es heute nicht mehr darum geht, Krankheiten einfach zu behandeln, so als wenn das Gott gegeben wäre bis ans Lebensende, nehme ich jetzt meine 15 Tabletten. Nein, heute geht es darum, wahrhaftig, transparent hinzugucken, was ist die Ursache, wie kann ich die Ursache ausschalten und dann den Weg zur Ausschaltung dieser Ursache mit dem Arzt gemeinsam, mit den Therapeuten gemeinsam beschreiten, sodass am Ende sich die Situation klärt und das Gesunde wieder überhand nehmen kann und Stück für Stück die Selbstregulation, die Selbstheilung wieder einsetzen kann. Auf diesem Weg spielen Omega-3-Fettsäuren eine super, super wichtige Rolle. Ich möchte sogar sagen, sie sind fast wichtiger als die tägliche Zufuhr von anderen Vitaminen, weil das Omega-3 die Hauptursache der wichtigsten Zinsationskrankheiten bekämpft, nämlich die schleichenden Entzündungsprozesse. Autoimmunentzündung, das ist die Pandemie der heutigen Zeit. Daran sterben von 2.500 Menschen, die täglich in Deutschland sterben, sterben 2.000 an den Folgen von Autoimmunentzündungen. Das heißt, wir brauchen heute dringender denn je einen anti-entzündlichen Lebensstil, eine anti-entzündliche Ernährungsweise, ein anti-entzündliches Denken und Handeln und natürlich eine Zusatzernährung, die möglichst Entzündungsfeuer löscht oder zumindest eindämmt. Reines Omega-3-Öl, wie wir es aus Algen gewinnen können, dient uns hier als Grundlage. Dadurch, dass wir es nicht aus dem Meer holen, kommen hier auch keine Schadstoffe dazu. Wie gesagt, es wird in Süßwasser gezüchtet und ist eines der reinsten wirklichen Nahrungsergänzungsmittel, die wir wirklich ein Leben lang nehmen sollten, weil, und jetzt kommt der Hauptgrund, sie nicht nur entzündungseindämmend sind, sondern weil unsere Wahrnehmungsorgane aus diesen DAA-Omega-3-Fettsäuren bestehen. Das heißt, unser Innenohr, unser Auge, unser Gehirn, die Wahrnehmungsstrukturen in unseren Sinnesorganen allgemein sind maßgeblich aus DAA-Fettsäuren aufgebaut. Das heißt, wenn wir nicht genügend DAA-Fettsäuren im Blut haben, dann ist auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt. Und wir erleben heute die Situation, dass Menschen immer weniger Fisch essen, denn Fisch sind die einzigen Lebewesen, die heute noch solche aktiven Omega-3-Fettsäuren in sich beinhalten. Da aber wir als Menschen die Ozeane überfischt haben, sind Fische so teuer geworden, dass immer weniger Menschen sich Fische leisten können. Und wenn sie dann Fische essen, sind es Fische meist aus Ackerkulturen und die werden gefüttert, womit können Sie sich denken, mit Omega-6. Weil Omega-6 dazu führt, dass die Fische schnell dick und fett werden. So wie auch fast alle Nutztiere, die wir haben, gerade aus der Massentierhaltung, mit Omega-6 gefüttert werden, damit sie schnell dick und fett werden und schnell verkauft werden können, mit maximalem Gewicht, so ist alles, was von Tieren kommt, die von Menschen gefüttert werden, so Omega-6 überladen, dass wir es unbedingt vermeiden sollten. Leider ist es so, dass wir auch Margarine, Sonnenblumenöl und leider auch Nüsse dazu zählen müssen. Verschiedene Nüsse, am schlimmsten ist die Paranuss, aber auch Erdnüsse, Cashewnüsse, haben einen unglaublich hohen Omega-6-Spiegel, teilweise das 300-fache des Normalen. Und hier ist auch der Grund, weshalb ich bei Veganern und Vegetariern häufig sehe, dass sie sehr, sehr schlechte Fettwerte haben, Fettverhältnisse zwischen Omega-3 und Omega-6, weil sie erstens dem Leinöl-Irrglauben unterliegen und zweitens keinen Fisch essen und drittens ganz viele Nüsse essen. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Spiegel einmal messen zu lassen, denn dann weiß ich, wo ich stehe und dann kann ich mich hier entsprechend neu ausrichten. Kaltwasserfische wie der Hering, die Makrele, Kabeljau, verschiedene Lachssorten, Wildlachssorten, die haben natürlich auch noch Omega-3 und wer die Möglichkeit hat, an diese Fische frisch ranzukommen, wenn sie denn wild gefangen sind, der kann sicherlich seinem Körper da noch etwas Gutes tun. Ich nenne diese Ernährungsform Flexi-Vegan, wenn man zum Wohle des eigenen Systems auf Wurst und Fleisch verzichtet und sich stattdessen nur in Ausnahmefällen mit gutem, frischem Fisch ernährt, sonst vielleicht noch Ziegenkäse, Schafskäse, aber in jedem Fall Kuhmilchprodukte weglässt. Da kann man sagen, vom Herzen her, vegane Ernährung in der praktischen Umsetzung naja, so einigermaßen auf dem Weg befindlich. Ich denke, das ist eine Ernährung, wie sie der heutigen Zeit angemessen ist und wo wir auch unseren Fußabdruck möglichst niedrig halten. Omega-3-Fettsäuren, hier ein ganz wichtiger Bestandteil. Mit Omega-3-Plus haben wir eine besondere Rezeptur mal ins Leben gerufen. Omega-3-Plus enthält in dem Fall Kukumin in öliger Form zusätzlich zu DHA und EPA, dazu CBD-Öl, dazu Rosmarinextrakt, Vitamin D und E. Und diese vielen Rezepturen, die es in diesem Sinne gibt, um Entzündungsprozessen vorzubeugen, die finden Sie in der Ethno-Helts-Apotheke, der Apotheke der Weltmedizin, wo die besten Substanzen aus der Naturmedizin beschrieben werden, wo Sie sich informieren können über das, was unser Planet uns zur Verfügung stellt in der Zeit, wenn es uns wichtig ist, dass wir unser ganzes biologisches Potenzial auch zur Entfaltung bringen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ichydee, danke Ihnen. Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020